Kopfhörer gibt es unendlich viele. Aus dieser riesigen Auswahl ein gutes Modell zu picken, ist schwer. Sie sind nahe dran, denn der CS-HP500 von Crescent ist ein echt guter Griff. Ob Ton in Ton mit Ihrem MP3-Player oder einfach nach Ihren farblichen Vorlieben, Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Varianten. Unterwegs machen sich alle drei dank des verblüffenden Faltmechanismus klein. Die praktische Tragetasche bewahrt Ihren neuen Soundkünstler vor Kratzern und Schmutz. Der 3,5 mm Klinkenstecker des HiFi-Kopfhörers findet problemlos Anschluss an iPod, iPhone, MP3-Player, Smartphone und vielen weiteren Geräten. Auch an einem DJ-Pult oder an der Stereoanlage bietet das Headset besten Klang. Möglich macht's der goldbeschichtete Adapter. Satte Bässe und kristallklare Höhen, hier kommen Musikfreunde voll auf ihre Kosten. Das 150 cm lange Kabel schenkt Ihnen dabei volle Flexibilität. Ein exzellent klingender Kopfhörer, der gut aussieht und unschlagbar günstig zu haben ist. Den behalte ich jetzt für mich. Wollen Sie auch einen haben? Na, dann bestellen Sie doch!